Lord Pappnase Hallöchen liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Dorthic 3. Es geht endlich weiter, ich erkläre euch warum das alles so lange gedauert hat. Und natürlich muss ich mich erstmal ein bisschen einfinden, denn ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir das letzte Mal gemacht haben. Und was ich jetzt eigentlich tun will. Es wird wahnsinnig interessant. Ähm, lasst uns doch mit dem anfangen, was wir eigentlich tun wollen. Und während ich das dann tue, erkläre ich euch, was so alles passiert ist. Achtung. Wir sind jetzt ja aktuell hier in Trelis. Und ich glaube ich wollte ein bisschen was in Nemora machen. Da war was. Da war was. Da war was. Genau. Wer ist der Anführer von Nemora und Waffen für Nemora? Ähm, es wird jetzt alles ein bisschen, es wird jetzt alles ein bisschen durcheinander werden. Das kann ich schon mal sagen, weil ich mich ja wie gesagt nochmal einfinden muss. Die letzte Aufnahme ist zwei bis drei Monate her. Ich habe das Projekt allerdings nie vergessen. Ich wollte auf jeden Fall immer weiter machen. Aber es gab einfach zu viel Stress. Ich habe keinen Teleport, stattfindem Nemora. Okay, dann laufen wir halt hin. Ich hatte einfach viel zu viel Stress auf der Arbeit. Was mich mental einfach so runtergezogen hat. Zusätzlich wollte ich auch lieber meine Zeit auf dem Hauptkanal verbringen. Ähm, wie ihr ja wisst, kam ja das wahnsinnig aufwendige Icebag-Video. In der Zeit. Und es kamen auch der Gothic 1 und 2 Switchport. Wo ich auf jeden Fall auch ziemlich viel Zeit reinstecken musste. Ich musste die, ich musste die Spiele spielen. Ich musste das Skript dazu schreiben. Ich musste das Video dazu machen. Und da habe ich mir halt einfach gesagt, okay, was ist mir gerade wichtiger? Zum einen natürlich der Hauptkanal. Der Stream natürlich auch. Und zum anderen selbstverständlich auch die Arbeit. Mein Hauptberuf. Ich mache das ja hier immer noch nicht. Vollzeit. Aber der Plan geht auf jeden Fall dahin. Da könnt ihr mich nach wie vor auf Patreon oder jetzt auch auf Kofi unterstützen. Ähm, ist aber kein Muss, wie immer. Wollt es nur an der Stelle nochmal erwähnt haben. Aber, ja, wie gesagt. Es ist immer noch nur, nur in Anführungszeichen, ein Nebenberuf. Den ich aber wahnsinnig gern mache. Und, wie gesagt, ich möchte auch. Ich möchte auch jetzt wieder den Let's Play Kanal reanimieren, wo ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Wobei ich natürlich nicht versprechen kann, dass der Let's Play Kanal immer mal wieder Pausen hat. Weil, wie gesagt, mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Hauptkanal, auf Streaming und auf meinem Beruf. Aktuell noch. Nichtsdestotrotz machen mir die Let's Plays mit euch natürlich auch wahnsinnig Spaß. Deswegen habe ich ja den Kanal gestartet. So. Ähm. Ich hau mich hier gerade ein bisschen durch die Wildnis, ehrlich gesagt. Weil... Ich zudem natürlich auch ein bisschen Erfahrungspunkte farben will für ein weiteres Level-Up. Ja, die sind ein bisschen sehr nah. Ich habe lange nicht gespeichert, ne. Das ist auch passend. Ah. Okay. Und ich habe in der Zeit auch auf Twitch tatsächlich einen Waffentruhen-Only-Run gemacht. Um Gothic 3 ein bisschen besser kennenzulernen. Das heißt, ich weiß jetzt auch so ungefähr, wo die ganzen Waffentruhen liegen. Falls ich mich noch daran erinnere, ist das auch schon wieder ein bisschen her. Es wird auf jeden Fall ein schönes Abenteuer hier. Habe ich denn noch Heiltränke? Wahrscheinlich nicht. Ich habe Heiltränke. Ja, wuppdi-doodle, du. Wie ist denn das passiert? Das sind ja ganz neue Töne hier. Ja, ansonsten. Die Leute, die das gerade hinten weggucken. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ich so das letzte Mal vorhatte. Ich weiß es, wie gesagt, überhaupt nicht mehr. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Man kommt ja relativ schnell wieder rein. Man erkennt ja im Quest-Log, wo man hinwollte, was man machen wollte. Und unser Ziel war, glaube ich, Nemora und ein bisschen Geld dann machen. Schalt jetzt aber erstmal die Sumpflörke aus. Da hat sich noch ein zweiter versteckt. Ein dritter, meine ich. Zählen kann ich auf jeden Fall. Hatte ich nicht auch irgendwelche... Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch hier den Feuerwald-Zauber. Die sind sogar ausgerüstet und einfach nicht gesehen gerade. Oh, Sumpflörker können, glaube ich, vergiften. Die waren, glaube ich, ganz, ganz böse. Aber geben auch 150 Erfahrungen. Das ist wirklich wenig. Ich könnte mir auch nochmal unsere Stats angucken. Achtung. Wie sehen die denn aus? Wir haben noch 14 Lernpunkte. Magische Stäbe haben wir gelernt. Schnelles Lernen. Okay, wir haben unglaublich viel gelernt. Hallöchen, Popöchen. Ich glaube, Jagdgeschick wollte ich ein bisschen hoch machen. Ich glaube, das war's. Hier auch Großwildjäger und sowas lernen, ne? Ja, 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 ja. Ich glaube, ich erinnere mich so dunkel. Die Bogen-Stats ein bisschen erhöhen. Das heißt, wir haben so wieder ein bisschen ein Ziel. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, es haben mich auch sehr viele Leute gefragt, warum das Projekt abgebrochen ist. Abgebrochen war es nie. Es war, wie gesagt, nur pausiert. Weil mir einfach die Zeit fehlt. Manchmal. Aber so ist es halt. Kann man nichts machen. Zeitgleich möchte ich jetzt auch mit Soul Lever 1 starten. Das wird auch schön. Und einfach mal gucken, was das nächste Jahr noch so bringt. 2024 schon, ne? Ah, heftig, heftig. Ich denke, immer noch vor 10 Jahren waren die 90er. Das war aber gar nicht so. Das war ja gar nicht so. Oh, ich habe auch ein paar Verwandlungs-Tränke. Sehr schön. Ich will jetzt aber mal ein bisschen Mana trinken, damit ich Feuerball und so öfters einsetzen kann. Und ich will noch mal in den Norden, weil ich bin mir gar nicht sicher, die Waren von dem Lager, die von Snappern überfallen wurden, ob ich die schon geholt habe. Ich weiß es nicht mehr. Und der Stab, den ich ausgerüstet habe, gibt Mana, ne? Das heißt, ich sollte den vielleicht auch gleich ausrüsten. genau, wenn ich gleich ein bisschen Magie ballern möchte. Oh, fuck, das ist ein Schattenläufer. Ah! Ich dachte gerade, was wuselt denn da? Oh, das sind mehrere Hallüchen-Pupüchen. Oh, okay. Der Schaden ist deutlich niedriger, als ich gehofft hatte. Aber ich habe mir die Mana-Tränke dabei, gar kein Problemchen. muss ich mich noch ein bisschen mit der Tastenbelegung zurechtfinden. Römms. Sehr schön. Habe ich Tiere entnehmen gelernt? Tatsächlich, ich habe die Jagdtrophäen, alles, habe ich alles gelernt. Ah. Wusste ich jetzt auch nicht mehr. Interesting. So, den Rest machen wir schön mit dem Bogen. Ins Gesicht. So. Jetzt geht er noch ein bisschen auf die Schnauze. Oh, im Nahkampf mache ich ja gar keinen Schaden. Ach, du Scheiße. Ei, 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 ei. Aber da habe ich ja auch nichts reingesteckt an Skillpunkten. Jo, da haben wir eine Truhe, die tun wir mal tun. Mhm, 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 ein bisschen Zeug. So, gab es hier hinten noch was? Ein paar Kräuter. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Ach, ich habe es vermisst. Ich habe es vermisst. Ich habe mir so oft gedacht, eigentlich könnte es doch eine Folge jetzt aufnehmen. Jetzt könnte es doch eine Folge aufnehmen. Ach, komm schon. Wo ist mein Bogenskill hin? Ist das Mikrofon eigentlich an? Okay, das Mikrofon ist an. Ich nehme auch auf, ne? Ich nehme auf. Alles gut. Alles safe. Ich bin ein bisschen sehr weit vom Weg ab. Ne, Moment, es gibt hier zwei Wege. Jetzt bin ich kurz verwirrt. Aber ich will ja zu den Snappern, ne? Wir wollen ja, wir wollen ja zu den Snappern nach da hinten. Um zu gucken, ob ich da die Waren gesammelt habe. Weil wenn hier überall Gegner sind, glaube ich irgendwie nicht so ganz dran. Aber schauen wir mal. Oh, das sind viele Ripper. Die tun wir alle mal Rippen. Äh, Oh Gott, du bist nah dran gerade. Hilfe. Okay, bleib weg von mir. Ich schieße dir einfach den Feuerball ins Gesicht. So nämlich. Brutzel, Brutzel, Brutzel. Da bekomme ich direkt wieder Hunger. So ein schöner Brutzelgeräusch. Jetzt will ich trotzdem nochmal gucken, ob hier bei dieser Ruine irgendwas war. Das sind ein paar Schraats. Ja, lass doch da mal hingehen, würde ich sagen. Vielleicht liegt da cooler Stuff oder so. Irgendwas, irgendwas zum, zum Mopsen. Oh, da ist auch noch eine Blutfliege. Die röst sich auch gleich mal weg. Die könnte durchs Feuer sterben. Yes. So, wie stark waren denn nochmal die Schraats? Oh, die waren heftig. Die waren heftig. Die baller ich weiter mit Magie kaputt. Und ich muss dringend Mana Regeneration lernen. Wir müssen so, so dringend in die Wüste und die ganzen Steintafeln und so, und so zusammen glauben. Ist ja furchtbar hier. Nice. Und weiter böllern. Ich weiß gar nicht, ob das Einzelschießen bei denen insgesamt mehr Schaden macht. Ich verbrauche übrigens gerade meine kompletten Mana Tränke. Das tut schon ein bisschen weh hier gerade. Oder ob so ein aufgeladener Schuss nicht besser ist. Ich kann's, ich kann's nicht einschätzen. Okay, das macht dir gar keinen Schaden. Okay, im Nahkampf geht so ein Einzelner. Solange er nicht zum Schlag kommt, dauert das zwar ein bisschen? Ja, genau. Au, 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 oh, au, 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 schnell weg. Oh, jo, 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 jo. Komm her, komm schon rein. Ich krieg dich. Ich hau dich um. Ah, das wird die Kampffolge. Die Erfolge kämpfen wir nur. Ich spüre das schon. Hat sich die Hütte hier wenigstens gelohnt? Dann ist da ein cooles Versteck. Weiß nicht, vielleicht... Da ist nichts zu holen. 200 Tränke oder so. Abgebrochen. Ach komm schon, Held. Wir kriegen zumindest immer ein bisschen Zeug zum Verkaufen. Das ist ja gut. Oh, das Schnellspeichern dauert heute ein bisschen. Ich hätte vielleicht den PC vorher neu starten sollen. Der läuft nämlich schon wieder seit 5 Tagen. Schlimm, schlimm. So, wo sind denn die Waren mit den Snappern? Oh, da hinten ist ein Troll. Dem will ich nicht zu nahe kommen. Hm? Schön alles einsammeln, was wir finden. Da geht es glaube ich so ein bisschen Richtung Nemora. Das heißt, ich würde sagen... Ah ja, ich sehe schon mal ein Snapper. Das ist ja zumindest nicht ganz falsch. Oh, von rechts. Snapper von rechts. Oh shit. Oh shit. Ah, oh, 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 oh. Zum Feuerball wechseln. Das brauchen wir eigentlich bis zum nächsten Level ab. Oh, das ist schon mal ein bisschen. Schon mal ein bisschen. Knapp 7.000. Oh, 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 oh. Nein, ich habe daneben geschossen. Ah! Ach, der Auto eben in Gothic 2 war doch besser. Und ich glaube, da vorne war es dann mit den Snappern, ne? Ich glaube, da vorne war es. Habt ihr übrigens den diesjährigen Adventskalender vom Gothic Community Story Projekt gesehen? Wieder ein paar sehr, sehr geile Eindrücke dabei. Ich freue mich so riesig, wenn die Mod für Gothic 3 rauskommt. Könnt ihr mal schauen. Auf Google einfach Community Story Projekt eingeben und dann auf den Adventskalender gehen. Mega geile Sachen. Mega, mega geile Sachen. Machen das Spiel... Was war denn das für ein Fall? Die wollen das Spiel wieder mehr so Story geführt wie in Gothic 1 und 2 machen. Und da bin ich halt schon sehr, sehr gespannt, was das wird. Oh je. Ich weiß auch nicht, was mein Plan hier genau ist. Ah! Oh! Auf jeden Fall nicht so gut der Plan. Merke ich gerade. Nicht so gut. Na, vielleicht ist er doch gut. Komm schon, Held. Triff etwas. Nice. Ich hoffe übrigens, die Lautstärke passt. Ich will nicht immer schagen. Schreibt es doch in die Kommentare. Das klingt so weird. Aber schreibt es doch mal in die Kommentare. So, war hier eine... Ich dachte, hier war die Quest mit den... Waren der Wüste. Genau. Ja, ja. Wusste ich es doch. Das sollten wir doch sammeln. Abgebrochen. Du bist abgebrochen. Okay, ein paar schöne Dietriche. Weiter in die Wüste möchte ich jetzt noch gar nicht, glaube ich. Weil dann kommen wir wirklich ins Wüstengebiet. Ich glaube, das ist so ein guter Point, wo ich mal zurücklaufe und nochmal nach Nemora gehe. Und versuche irgendwie was rauszufinden, was wir noch machen können. Habe ich nicht eigentlich auch den Eislanzenzauber gelernt, sagt mal? Oder? Ist ausgegraut, ne? Oder? Ist ausgegraut. Ja, ich wollte nochmal sicher gehen. Tiere rufen. Er hält jetzt die Tiere in seiner Umgebung auf das anwesende Ziel. Vielleicht gilt das ja auch bei ganz großen Tieren. Bei den Urviechern, bei Nemora. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht getestet. Lass uns das mal testen, wenn wir jetzt nach Nemora gehen. Weil daran kann ich mich noch erinnern, dass die Urviecher viel zu stark waren, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir sie gemacht haben. Aber wir gehen mal rein da, ne? Und ich habe ja auch den Telekinesezauber, ne? Könnte ich ruhig mal öfters benutzen, um Pflanzen und Kram einzusammeln. Hier sind auf jeden Fall ein paar schöne Hirsche. Eine Waldbeere, die nehme ich doch. Die hat sich gelohnt. Äh, und hier war irgendwo Nemora. Irgendwo hier. Was haben wir hier? Mit Haltruhe. Stimmt, Schlösseröffnung haben wir ja auch gelernt. Abgebrochen. Weil, weil das alte Wissen... Ach, komm schon. Weil das alte Wissen viel zu heftig war, was man da gebraucht hat. Oh, ein Ring für maximalen Mana. Ich weiß gar nicht, was ich für Ringe aktuell anhabe. Sind beide schon Mana, okay. Alles gut. Und da oben waren die Urviecher, ne? Genau. Lass uns doch mal testen, ob wir dieses... Diesen Zauber da benutzen können. Geht das? Ah, ich soll vielleicht Mana auffüllen. Das wäre... Das wäre noch smart. So. Nochmal speichern, zur Sicherheit. Geht das? Ah, es kann natürlich sein, dass der zu weit weg stand. Ich muss die vielleicht erstmal anlocken. Lass mich nochmal laden. Lass uns das mal testen. Lass uns das doch mal testen. So, erstmal beide anlocken hier. Kommen Sie mal rum. Ihr, ihr beiden Viechers, ihr. Ja, kommt. Putt, 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 putt. Die haben auch gar keinen Bock gerade, ne? Ja, okay. Eins, eins kommt. Sehr gut. Okay, es kommen beide. So, und jetzt probieren wir das mal. Nö. Funktioniert überhaupt nicht. Mache ich mittlerweile mehr Bogenschaden? Oh, ja, komm. Das können wir machen. Das können wir doch machen. Die Zeit nehmen wir uns. Ich weiß, es ist ein bisschen cheesy, aber... Aber komplett Gothic 3 ist cheesy. Also. Das macht gar nichts. Schieße ich einfach von hier oben ab. Gar kein Problem. Die Zeit nehme ich mir. Dauert ja auch nicht so lange. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Vor allem in den Livestreams. Und die geben ja auch jeweils, glaube ich, 500 oder sogar 1000 Experiments? Ich weiß es gerade gar nicht. 500, okay. Einfach weiter ballern. Ja, und ihr so? Was macht ihr so gerade? Was leckeres Essen? Ich hoffe, ihr esst was leckeres. Nudelauflauf oder sowas. Mhh. Ich habe mal wieder Bock drauf. So ein geiler Nudelauflauf mit Käse überbacken. So, und jetzt habe ich der Hälfte von euch Hunger gemacht. So, schaut mal. Das ging doch super fix. Das ging doch super fix. Und Eislanze Spruchrolle erhalten. Ich könnte auch mal die ganzen Spruchrollen und so verwenden. Und außerdem... Hier habe ich sowieso eine Quest, dass ich diese... Genau, Staudenlobilien soll ich sammeln. Ne? Fünf Stück. Aber waren hier nicht mehr Urviecher sogar? Ah ja, ich höre noch eins. Aber das klopfe ich einfach auch um. Das mache ich einfach auch platt. Abgebrochen. Hm, ein bisschen Erz. Stimmt, das Schmieden wollten wir uns auch angucken. Wir wollten so viel machen in dem Run. Immer noch Angst, dass uns da die Level-Ups nicht reichen. Ich spring mal, ich spring mal auf den... Ich versuche mal auf den Kopf hier zu springen. Moment, ich habe es gleich. Weil von da kann ich bestimmt auch das Urviech wieder abknallen. Ja, guck doch mal. Easy. Voll in den Boppes. Nimm das. Bräutiger Schrift. Ah, nicht abrutschen. Oh, kann der mich da erwischen? Oh, oh, das sieht gefährlich aus. Ich habe gespeichert. Ich habe gespeichert. Alles gut. Okay, alles gut noch. Alles im Rahmen. Ich habe Angst. Das ist wieder dämlich hier. Ey, die erste Folge und schon mache ich Quatsch. Schon mache ich Quatsch. Oh, oh, wow, what? Oh, das war so keine Quest. Ruf in die Mora plus 20. Okay, heftig. Heftig. Aber gab es hier nicht auch irgendwo den Teleportstein? Mir war irgendwie so, dass man hier auch den Teleportstein finden konnte. Aber ich weiß echt nicht mehr, wo. Ich werde es bestimmt alle in die Kommentare hämmen. Nein, Nase, du bist zehnmal vorbeigelaufen. Guck doch mal richtig. Okay, die einzelnen Snapper hier, die haue ich jetzt mal. Ich habe keinen Bock mehr auf Bogen. Ich will in die Fresse reinschlagen. So, manchmal funktioniert das Kampfsystem ja ganz ordentlich. Und so. So, warte mal. Bevor ich jetzt weiterlaufe. Wo sind denn die restlichen Staudenlobbyen, die ich hier sammeln muss? Sollten die hier nicht bei den Urviechern sein? Sollten die, sollten die nicht hier sein? Da hinten. Da, guck mal. Da ist nämlich noch eine. Aha. Da ist nichts zu holen. Jetzt fehlt nur noch eine. Da. Aha. So nämlich. Fünf von fünf. Sehr schön. Dann kann ich gleich ein paar Quests in dem Mora abgeben. Vielleicht finden wir ja heute sogar noch raus, wer der Anführer ist. Oh, ein Häschen. Die fliegen immer so toll. Tjuu. Ohne Community Patch flogen die besser. Ich erinnere mich da dran. Das war eine schöne Zeit. Pre-Patch. Wie einfach alles durch die Gegend geflogen ist. Kilometerweit. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, das gefällt mir nicht, wo ich jetzt drin stecke. Oh, shit. Okay, ich muss mich kurz, kurze Sicherheit bringen, wollte ich sagen. Gott sei Dank habe ich gespeichert. Manchmal kommst du auch nicht mehr weg. Manchmal kommst du nicht mehr weg. Da bist du einfach, da bist du einfach drin und dann bist du tot. Gut, ich habe mich aber auch schlecht positioniert. Das muss man auch sagen. Und dass die Gegner halt auch manchmal draufhauen können, obwohl man schon am Boden liegt. Schlimm, schlimm. Ja, alle dürfen mal zuhauen. Let's go. Oh, das wird schon wieder knapp, ne? Oh Gott, die haben es, die haben es gerade voll auf mich abgesehen. Die sind übelst brutal hier gerade. Was ist hier brutal los? Okay, einer ist down, einer ist down, einer ist down. Nice, nur noch der eine. Oh, keine Ausdauer mehr. Aber null Problemo für uns. Null Problemo. Gleich mal speichern. So, war hier noch irgendwas interessantes? Ich halte immer noch so ein bisschen Ausschau nach dem Teleportstein. Da ist noch eine Truhe, vielleicht ist er da drin. Nö. Vielleicht hier drin? Oh mein Gott, da ist er. Da hätte ich schon die ganze Zeit hin können. Das ist ja direkt über dem Lager hier. Ah, wie ärgerlich. Okay. Okay, aber wir können jetzt ein paar Quests, glaube ich, abgeben. Was haben wir denn? Äh... Jetzt weiß ich leider... Tyler. Jetzt... Ich wollte irgendwie... Jetzt weiß ich leider überhaupt nicht mehr, wer welche Quests hatte. Das heißt, ich quatsch jetzt nochmal mit allen. Du hast doch sicher noch Wichtigeres. Stär mich nicht. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ähm, nee. Werde denn hier die... Werde denn hier die Quests? Ich würde einfach abwachen. Hattest du die Quests mit den Stauden? Du hast doch bestimmt hier... Ja, ja, genau. Hier hast du deine Stauden, Lobelie. Das ist wahrlich fantastisch. Ich hoffe, die Biester da oben haben dich nicht zu sehr bedrängt. Hier hast du einige Tränke als Lohn. Oh, Tränke ist grad geil. Fünf Heiltränke und fünf Mana-Tränke. Gib mir deinen Feuer, Kelch. Gut. Ich vertraue dir das gute Stück an. Ich hoffe... Wie haben wir denn da? Wir werden sehen. Wir haben bereits sechs, also schon die Hälfte. Sag mir, wer hier der Boss ist. Sprich mit den anderen. Ich bin es nicht, Freund. Zeig mir deine Ware. Der hat auch noch fünf Heiltränke und zwei Mana-Tränke. Die schnabuliere ich mir hier mal. Ähm, die Armbrüste können wir ihm ja geben. Gar kein Problem. Äh, was haben wir noch groß zum Verkaufen? Ich hab sehr wenig Gold, seh ich gerade. Holy moly. Ich kann es mir nicht mal leisten. Ich hab so krasse Goldprobleme, ey. Scheiße. Ich will halt aber auch nie was verkaufen. Ich geb's ja zu. Ich will immer alles behalten. Okay, keine Tränke für uns. Gott, damit. Ich hol mir halt erstmal nur das Gold. Schlimm, schlimm. Aber ihr habt gesagt, durch Schmieden krieg ich ja viel Geld, ne? Durch Schmieden. Schmieden lohnt sich, hab dir gesagt. Daran kann ich mich erinnern. So, jetzt will ich noch gucken, ob ich die Waren hier irgendwo abgeben kann. Und über die getöteten Urviecher berichten kann. Die zwei Sachen sind mir gerade wichtig. Hier hast du deine zehn Waffenbündel. Das ist riesig. Oh, das haben wir auch. Hier, ich gebe dir einen Teil unseres Goldes. Sehr schön. Verrate mir, wer der Anführer von Nemora ist. Ja, ja, ja. Ich mag's auch, wie der Held so genervt ist. Jetzt rück doch endlich raus mit der Scheißsprache. Gott damn it. Love it. War hier noch jemand Wichtiges? Sieht nicht danach aus. Ich werd mich mal kurz hinhauen. Damit wir den nächsten Tag haben. Jo. So, wem kann ich hier noch eine Quest abgeben, bitte? Vor allem die Waren. Wem kann ich denn von den Waren erzählen? Und von den Urviechern? Wo seid denn alle? Kann ich dir davon erzählen? Oh, tatsächlich. Hier sind die Waren aus der Wüste. Ich wusste, sie sind noch da. Sehr gut gemacht. Hier dein Anteil von unserem Gold. Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Mir fehlen wirklich fünf Punkte? Are you fucking... Ich wollte gerade böse Sachen sagen. Wollte gerade böse Sachen sagen. Okay, warte mal. Was haben wir denn jetzt noch für Quests in Nemora? Achtung. Was haben wir denn jetzt? Ein neuer Mann. Wir brauchen unbedingt noch einen starken Mann, der am unteren Eingang zu Nemora Wache hält. Okay, keine Ahnung. Da haben wir ein mächtiges Problem. Ein neuer Mann für Nemora. Tja, habe ich jetzt gerade tatsächlich keine Idee. Aber ich habe ja den Teleportstein. Ich habe ja den Teleportstein. Ist also alles gut. Ich komme schnell hierhin zurück. Und ihr schreibt mir bestimmt in die Kommentare, was ich jetzt wie hier noch machen kann. Ihr seid ja die fleißigen Hasen. Denn ich möchte mich jetzt... Für die nächste Folge möchte ich mich so ein bisschen auf nach Geldern machen. Und da die restlichen Aufgaben erfüllen, würde ich sagen. Wo bin ich denn hier jetzt eigentlich? Was ist denn das da für ein Weg da unten? Der Weg da unten ist ja mega sass. Den kenne ich so gar nicht. Ich will da mal ganz kurz runterlaufen. Das ist... Der wird ja auch so gar nicht richtig auf der Karte gezeigt. Ähm... Ich würde an der Stelle sagen, diesen Weg erkunden wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und natürlich auch vielen, vielen Dank für eure Geduld. Und alle, die dazugekommen sind oder dabei geblieben sind. Es macht mir immer noch riesig Spaß. Und wie immer bewerten, kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.